Die FH Wien, der WKW, ist in Wien einfach der Anbieter für Kommunikationsmanagement im Master und dann auch noch berufsbegleitend. Und mich hat in meinen vorigen Studien immer schon die Kommunikation und Marketing am meisten interessiert und da war für mich klar, ich will mich bewerben, ich will dorthin. Ich habe mich vor zwei Jahren mit meiner eigenen Kommunikationsagentur Semicolon Relations selbstständig gemacht und betreue Unternehmen in den Bereichen klassischer Medienarbeit, Social Media, Employer Branding und Content Creation. Das Wichtigste, was ich aus dem Studium mitnehme, ist einfach dieses Miteinander, dieses mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen während des Studiums gemeinsam an sich zu arbeiten und sich gemeinsam Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Für mich waren sicher die Fächer am interessantesten, die direkt mit meinem Beruf zu tun hatten. Das war vor allem PR und strategische Kommunikation, auch integrierte Kommunikation. Das heißt, alles Fächer, die sehr stark an der FH Wien repräsentiert sind und die mir auch den meisten Nutzen gebracht haben beruflich. Vielen Dank. Vielen Dank.